ja liebe leute herzlich willkommen herzlich willkommen wieder zurück zu letztlich die toy bekamen jungen ja das geht jetzt ab das war noch nicht jetzt so raus Scheiße! Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuiert sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Prachtraum. Die Soldaten sind überall. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Markus! Es dauert nicht lang. Komm. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Markus. Das ist das Ende von Jericho. Lass sie nicht entkommen. Wenn sie euch irgend die Ärger machen, erfinden sie ihn. Bestellte wird gemacht. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alle! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Los! Was für eine Kacke! Was für eine Metzelei gerade! Sie kommen! Wir müssen weg! Alice! Wenn wir nicht verschwinden, werden sie uns auch töten! Los! Sie stöhnt da draußen, Kara! Mach auf! Mach die Tür auf! Sie stöhnt da draußen, Kara! Mach auf! Mach die Tür auf! Ja, mir geht's gut. Wir können nicht hierbleiben. Guck. Wir haben es versucht. Nicht schießen. Ich bin auf Ihrer Seite. Bei uns? Ist das denn? Natürlich. Sieht man das denn nicht? DPD. Ich arbeite mit Lieutenant Hank Anderson. Überwachungsarbeit. Hätte ich sie erwartet, hätte ich Donuts mitgebracht. Du hast Glück gehabt. Noch eine Sekunde und ich hätte geschossen. Geh lieber wieder am Deck und lass uns unseren Job machen. Ganz genau. Das ist genau, was ich tun werde. Kommt. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Bitte töten uns nicht. Auf dich. Ich bin nicht. Haben Sie die Gitarre gehabt? Ich bin nicht. Machen. Und die Hände an den Kopf. Markus, du hast uns gerettet. Weg hier! Schnell! Gammert ihn aus! Töne du! Wir geben uns! Wir geben uns! Nicht schießen! Wenn wir dieses ein oder zwei Leute gerettet bekommen, ist das frei. Schön. Ich versuche wenigstens ein paar zu retten. Ich würde der ganze Scheiß angehen. Greif ein! Schnell! Hier lang! Such noch! Ich komme nach! Ein Ausgang! Geschafft, Alice! Koko! Kara! Steh auf! Er kommt! Er kommt! Runter! Bewegt dich dich! Bitte töten mich nicht! Na los! Wir verschwinden vor dir! Pfff! Schnell! Wir müssen weg! Meine Mission ist, dich auszuschalten und ich erfülle immer meine Mission! Und meine Mission ist unser Volk zu retten! Es kann wohl nur einer von uns Erfolg haben! Ich wollte es nicht! Wir sehen uns wieder, Marcus! Es ist nicht vorbei! Die Bombe geht gleich hoch! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier dringend raus! Nein! Es ist zu spät, Marcus! Wir können nichts mehr für Sie tun! Wir müssen weg! Wir müssen hier! Wir müssen hier her... Wir müssen hier her... Wir müssen hier her... ...denn ... ...dass hier her... ...dass hier... Wir müssen hier umschicken! Wir müssen hier umschicken! Wir müssen hier im Hintergrund kommen! Ich werde den linken... Schnell! Schnell! Los! Es ist nicht vorbei. Sind wir durch? Kann das sein, dass wir rüberkommen? Ich glaube wir sind durch mit dem Let's Play, oder? Hm. Wird immer sein. Wir schauen es an. Und vielleicht sind wir jetzt hier durch. Dann danke ich euch für's Zusehen. Ansonsten sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder.